Split Squat mit medialem Bandzug für die Knieachsenstabilität zur Aktivierung des Gluteus Medius und Minimus. Wichtig von vorne gesehen, dass das Knie immer im Zug gegen das Band nach außen auf der Knieachse gehalten wird. Der Fuß schraubt sich rein und immer Kontrolle gegen das Band aufrechterhalten. Der Fuß schraubt sich in der Knieachsenstabilität.